Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mich an der neuen Season extrem, extrem stört. Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass in dem Patch, der heute Abend um 18 Uhr, 19 Uhr rauskommt, nicht darüber gesprochen wurde. Wer nicht weiß, heute Abend kommt ein Patch. Patch Notes hatte ich euch vor ein paar Tagen schon gezeigt. Checkt dafür nochmal das andere Video ab, wenn ihr da wissen wollt, was da kommt. Und eine Sache kommt da leider nicht. Und zwar Änderungen zum Härtungssystem. Für alle nochmal, um euch abzuholen, wenn ihr ein Item habt, was ihr beim Schmied härten und vollenden wollt, dann könnt ihr hier einmal das Item auswählen. Und dem Item dann von einem Rezept, was ihr vorher finden müsst, wo es drei unterschiedliche Stufen gibt. Einmal magisch, einmal selten, einmal legendär. Und könnt dann hier unter diesen Rezepten, Härtungsrezepten auswählen, was für ein Rezept ihr haben wollt. In meinem Fall, für den Rogue-Bild, den ich euch die Woche noch zeigen werde mit dem Herzsucher, möchte ich gerne von der Meuchelfinesse, von dem Rezept, nur ein einziges Stat haben. Und das ist der oberste, Schaden gegen verwundbare Ziele. Und das möchte ich hier auf dem Rogue, so gut es geht, überall haben. So, jetzt ist 1 zu 4. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass das eigentlich bei 5 mal Rollen machbar wäre, theoretisch. Aber die meisten von euch werden es wissen, die Wirklichkeit sieht da leider ein bisschen anders aus. Man kriegt so gut wie nie das, was man braucht. Und an sich wäre mir das egal. Aber gerade mit der neuen Season hat man mit dem Itemization und dem Loot Reborn ja total damit geworben und geprahlt, dass ja jetzt alles viel besser ist bei den Items. Die Drops sich viel, viel cooler anfühlen und viel besser. Und es ist auch so, wenn Greater Arfix fällt oder sogar was mit 2 Greater Arfix, dann fühlt sich das richtig, richtig gut an. Aber wenn ich dann mit diesem Greater Arfix Item, was ultra selten ist, zum Schmied gehe und ein Meuchelrezept drauf mache für Schaden gegen verwundbare Ziele, ich aber nach 5 mal, nach 6 mal Rollen nicht Schaden gegen verwundbare Ziele bekomme, sondern Schaden des Typs Meucheln, ich aber nicht eine einzige Attacke für Meucheln nutze, ist das Item im Prinzip kaputt und ich kann es wegschmeißen. Und das ist etwas, was ultra, ultra frustrierend ist und wo schon die wildesten Theorien im Umlauf sind, wie man das Ganze umgehen kann. Teilweise mit erst ein anderes Item das Rezept auswählen und härten und dann das Item nehmen, was man möchte. Was alles natürlich ein bisschen Aberglaube ist, aber auf jeden Fall zu sehr, sehr hohem Frust führt und einen extrem hohen Frustfaktor hat. Und ich frage mich, wieso Blizzard damit so lange wartet, da was zu ändern, weil ich verstehe nicht, wieso man so ein cooles neues System reinbringt mit Härten und Vollenden, ändert die Arfixe, bringt Greater Arfixe raus und dann macht man quasi eine Lotterie mit Rezepten und sagt dann, ey, wenn du 5 mal nicht das bekommen hast, was du willst, dann hast du halt Pech gehabt. Das finde ich schon sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Und ich habe ein bisschen auch philosophiert, mit dem Streamberg ist kein anderes Spiel so bekannt im MMO oder im ARPG-Sektor, wo es sowas gibt. Es gab wohl in Diablo 1 Waffen, die man nur eine bestimmte Anzahl beim Schmied reparieren konnte. Das ist auch sehr krass. Nur kann man das Diablo 1 von vor über 30 Jahren nicht mit Diablo 4 von heute vergleichen und sagen, ey, ist eigentlich ganz cool, dass man nur 5 mal härten kann. Wenn du hier ein Item findest, was ultra selten ist oder wofür du vielleicht Milliarden an Gold gezahlt hast, dann nicht die richtige Härte bekommst, dann hast du halt Pech gehabt. Finde ich schon sehr, sehr schade. Die Alternativen dazu sind ja eigentlich easy und auch schon im Spiel vorhanden. Man könnte ja einfach wie beim Verzauber machen, dass es pro Härte immer, immer teurer wird und die Items, die man beim Verhärten braucht, halt einfach immer, immer teurer werden. Dass diese Items hier unten, 12 Eisenbrocken, 7 drüber Kristalle und 2 unhalb volles Fragment, einfach mit jedem Mal teurer werden, so wie es beim Verzaubern auch der Fall ist. Oder es gäbe eine Möglichkeit, diese Härtung zurückzusetzen, wie es beim Vollenden ja auch der Fall ist. Hier kann man ja auch sagen, mit 4 Ecke, ey, ich zahle 30 Eisen, 20 Kristalle und 5 Vergessene Sälen und 5 Millionen Gold und kann die Vollendung komplett zurücksetzen. Wieso gibt es sowas nicht auch einfach für das Härten? Also es sind schon mal zwei Möglichkeiten, wie man es easy peasy ins Spiel bringen könnte und die Frustration viel, viel, viel weniger wäre, beziehungsweise eigentlich komplett weg wäre. Ich hoffe, Blizzard zieht da sehr, sehr bald nach. Wir kriegen ja heute Abend den Patch und das da wirklich vielleicht schon nächste Woche nochmal, vielleicht auch über einen Hotfix oder so, es muss ja gar nicht viel gepatcht werden. Einfach muss man das System da ändern oder es würde mir sogar schon reichen, wenn man anstatt 5 Mal rollen, 10 Mal rollen könnte. Das würde den allermeisten auch schon weiterhelfen, um dann wirklich zu gewährleisten, dass man genau das bekommt, was man möchte und es wirklich sehr selten ist, dass man nicht das bekommt, was man möchte und dann auch so wilde Theorien wie eben erklärt, dass man erst ein anderes Item verhärtet und dann das Item nimmt, was man selber will, dann auch Adapter sind und man auf solche Sachen nicht zurückgreifen muss. Schreibt mal gerne eure Meinung und eure Ideen unten in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass Blizzard das sieht, dafür sind wir als Community ein bisschen zu klein, aber umso mehr Leute davon berichten, umso besser und umso mehr Aufmerksamkeit bringt das Thema, weil ich glaube, die allermeisten von euch, könnt ihr gerne unten mal in die Kommentare schreiben, finden das Härtungssystem cool, aber so wie es aktuell ist mit nur 5 Mal Rollen für 2 Rezepte. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, wenn es einmal wäre, 5 Mal Rollen für das Rezept, also 5 Mal Rollen für Offensiv und 5 Mal Rollen für das andere, man kann ja 2 Härtungen drauf machen, wäre ja auch nochmal ein anderer Schnack, aber 5 Mal für insgesamt, für 2 Sachen, wenn du 2 Rezepte hast, die vielleicht eine 1 zu 5 Chance haben. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung und die Kommentare, bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich weiß, es gibt auch ein paar Stimmen, die finden das ganz gut, dass es so riskant ist, aber ich glaube, der Großteil ist da eher so der Meinung, ey, das ist schon arg belastend. Wenn ihr den Herzsucher-Bild hier nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.